Was jetzt? Und? Wahrscheinlich ist es schon soweit. Mama! Unsere Tochter kommt, um uns ihren neuen Freund vorzustellen. Mir ist das vollkommen egal. Unsere Tochter? Unsere Tochter? Ja, ist sie. Eric. Anton. Komm her. Ja, kommst du mal? Anton, Eric und Björn. Klingt wie ein Roman von Erich Kästner. Seine Uniform hatte der so einen knackigen Arsch. Du beendest das, klar? Ja. Die hat sich ein Opa angenommen.